Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 6.11.2020 und unser DAX ist deutlich weiter gestiegen, die ganzen Indizes sind deutlich weiter gestiegen, also mit gut 2% Zuwachs auf breiter Front ist eigentlich alles überall Geld reingesteckt worden. An den Wahlergebnissen hat sich so erstmal noch nichts geändert, die Leute sind auch unverändert, negativ gestimmt, also da wird wirklich jeder Grund gesucht. Also ich wäre eigentlich zugeschüttet von wegen, das muss doch fallen, die Wirtschaft und das muss doch fallen wegen Unsicherheit und das muss doch fallen, weil Trump wird doch jetzt gewinnen und das muss doch fallen, weil Biden wird doch jetzt gewinnen und das muss doch fallen, weil Unentschieden und das muss doch fallen, weil Wahlverschiebung. Also sind sich alle recht einig, das muss doch fallen, das fällt halt noch nicht halt, also DAX tut sich unheimlich schwer nach unten raus, die Trigger zu setzen, wir hatten das jetzt hier auch gesagt, dass er hier oben nochmal Punkte hätte, gerade so im Bereich um 4,60, das wäre noch ganz interessant, dass er sich da vielleicht halten könnte. Das war auch so eine Marke, die wir bei uns im Dienst dann auch ein bisschen beobachtet haben, die ein bisschen enger im Fokus hatten. Also ich sehe, es ist ja lange dran angehalten, also ich glaube knapp 3-4 Stunden an der Marke rumgekämpft, dann doch irgendwann fallen lassen und dann hochgegangen. Das Gap, Sie sehen es, hier oben ist noch nicht ganz zu, was wir geschafft haben, ist jetzt erstmal von unten an die Kante hier dran zu springen, also an das letzte Tief, was er hier hatte. Da hat er sich jetzt erstmal so einmal dran gestoßen, auch wenn er noch nicht ganz dran war, also er hat einen Punkt gefehlt. Könnte jetzt noch das Gap schließen, dann wäre hier im Bereich um 12,6,60 zu werten und das würde dann gleichzeitig aufeinander kommen mit der Channel-Kante. Hier das letzte Hoch ist dann bei der 12,27, sollte man vielleicht auch auf dem Zettel haben und dann haben wir erst hier wieder einen markanten Punkt, da ging das hier mit dem Corona-Lockdown-Zeug los und sowas. Das war dann hier so Eröffnungsniveau 12,800 halt. 12,800, 12,100, das heißt, wenn er hier oben rausgeht, gilt es auch weiterhin, dass er dann natürlich sich einen Ausbruch aktiviert. Und, also, normal fällt der Markt halt, wenn die Leute alle da sitzen und diesen Anstieg akzeptiert haben halt, ne, und dafür haben die Leute einfach keine Zeit gehabt, ne. Es waren jetzt zwei Tage, das hat viele überrumpelt, das hat viele sehr schnell überrumpelt und, äh, das hat kaum Chancen gegeben hier irgendwo, jetzt einfach mal zu sagen, ähm, so nach dem Motto, gut, alles klar, äh, war jetzt doof, reduziere ich, gehe raus, ne. Sie wurden alle ziemlich überrumpelt und da hängen meines Erachtens noch sehr, sehr, sehr viele Schwarz drin. Also, wir sehen es auch schon sehr markant mittlerweile, das ist schon fast, ähm, das ist schon fast nicht von der Hand zu weisen, dass das ein V ist, dass das auch ein V werten wird. Sollte man vielleicht auch einen Bereich um 12,27 hier ein bisschen noch im Fokus haben, ein bisschen im Blick haben. Könnt ihr dann nämlich gleich mitmachen, dann wäre das V komplett. Und, ähm, deswegen würde ich auch hier den Long-Trigger dann hinlegen, so über 12,27, ja, also da ein bisschen Luft geben, 6,80, ähm, 6,70, 6,40, das ist alles Tone. Wir haben gesehen, der Dax ist deutlich langsamer gestiegen, als er das am Vortag gemacht hat. Ich würde davon ausgehen, dass das jetzt auch zum Freitag, wenn wir den neuen Hochs kriegen, auch so werden wird halt. Ja, dass er abflacht, dass die neuen Hochsäse sehr, sehr, sehr langsam kommen und sehr träge kommen und er sich dabei schwer tut, äh, weiter oben rauszulaufen. Ich würde dann sogar erwarten, dass er tendenziell sogar, ähm, dann hier oben auch nur 1, 2, 3 Tage verbringen kann halt, dass er dann auch ein bisschen im Seitwärts bleibt. Und die Leute halt alle trainiert, dass sie, dass sie Long gehen wollen und sich massiv schlecht in ihren Shorts fühlen, weil dann hat er es auch wieder leicht runterzufallen, ne. Es ist ja sehr, sehr häufig, dass der Dax erst mal so ein bisschen, Sie sehen ja auch hier unten, ne, bevor er dreht, auch hier, da kann sich der eine oder andere vielleicht auch noch dran erinnern, wie lange und eklig der hier seitwärts gelaufen ist, bis er wirklich weggeschmiert ist. Also, also sowas fehlt halt irgendwie noch so ein bisschen, ne. Oder zumindest halt mal klare Umkehrsignale, die haben ja alle gefehlt, da hat er nicht eine wirkliche Tieffolge dann mal reingekriegt, ähm, auch so eine 4,70 oder so, da zum Arm noch umzuklappen. Also, alles nichts geworden, alles nicht gelungen, das heißt, die empfehlen absolut die Signale unten raus und ohne die wird er natürlich jetzt erstmal auch noch weiter steigen können. Na, deswegen unten ein bisschen aufpassen, oben ansonsten noch Ziele einräumen. Sollte er dann irgendwann mal anfangen zu fallen, würde ich auf jeden Fall sagen, jetzt der Bereich um 2,70, das ist ein super, super Ziel. Ähm, ich würde gar nicht mehr zwingend auf die 1,90 wollen, ich glaube, die hatten wir gestern genannt, oder? Hat man die gestern genannt? Ne, die kann ich gestern noch nicht genannt haben. Ne, gestern haben wir uns auf die 2,40 fokussiert, ne? Ja, also die kann ich gestern noch nicht genannt haben. Auf jeden Fall wird mir die 2,70 jetzt wichtiger und generell der Bereich hier zwischen 2,70 und 3,70. Das ist jetzt ein schöner Anlaufbereich, das ist eine schöne Unterstützungszone, da der DAX sehr, sehr, sehr viele hier Körer gemacht hat. Ähm, ist durchaus zu erwarten, dass er da auch ein bisschen reagieren kann halt, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich setze ich den Pfeil hin. Vielleicht hier erstmal auf die 2,70. Ja. Ähm, von dort gibt es dann schon wieder Erholungsbewegungen. Ansonsten wäre dann unter 200, unter 1,90. Da können wir auch die 1,90 wieder ein bisschen mit einbauen. Ähm, hätte ich dann perspektivisch eher nochmal eine 2,40 auf dem Radar. Die finde ich unten, das ist weiterhin eine super interessante Zone. Könnte ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass er da unten noch reinditscht. Ja, hier so in die 12,40 rein. Das fände ich passend. Ja, ähm, aber das muss auch erstmal kommen. Naja, also dazu muss er erstmal vorlegen und ich glaube, dass hier unten, das können wir erstmal rauslöschen. Das dürfte jetzt hier erstmal nicht relevant werden. Genau. Vielleicht noch ein paar andere Pfeile noch mit wegräumen, dass hier alles, was hier so ein bisschen gut geklappt hat, hat man immer drinnen liegen lassen. Das sieht aber mittlerweile nicht mehr schön aus. Ja, ansonsten, wie ist meine Erwartungshaltung? Meine Erwartungshaltung ist tatsächlich, dass wir vielleicht zum Freitag, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen oben was umräumen, dass die Leute einfach übers Wochenende Zeit haben, drüber nachzudenken, dass Short nicht das Richtige ist. Ja, dass sie, ähm, dann alle long wollen und dann kann er nächste Woche fallen. Das wäre sehr üblich. Da hat die Leute jetzt hier gut überrumpelt gekriegt und ich denke, der hat auch einige Shorts vor sich hingegeschoben. Also ich möchte da nicht bei dem einen oder anderen ins die Po gucken. Ich denke, da gibt es noch überall genug Short-Positionen drin, genug Leichen. Und, äh, das ist jetzt die Frage so ein bisschen, äh, hält man die Nerven da durch? Ähm, reduziert man? Wo reduziert man? Und so weiter und so fort. Also ich für meinen Teil, ähm, würde eher, also würde schon sagen, deswegen 27, das wäre für mich dann wirklich so ein Long-Trigger bis dann. Das könnte ich mir jetzt hier noch angucken und, ähm, würde den DAX hier, wie gesagt, runtersehen. Aber die Leute, die müssen halt ein bisschen mitspielen halt, ne? Also was, was man häufig auch sieht, das muss man dann auch beobachten, wenn dann alle auf Long gehen, wenn dann alle hier unbedingt wieder Long rein wollen, das auch immer so indikativ führen, ne? Sobald die ersten anfangen, richtig, richtig, äh, aggressiv dann auch drin rumzulangen. Zum Beispiel so der Punkt, wo dann wieder eine Sättigungskurve erreicht ist, wenn er dann fällt. Und dann hätte ich ihn wirklich schon nochmal in dem Bereich gesehen. Aber die Erwartungshaltung zum Freitag, also ich kann, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er uns zum Freitag, dass er das schon bringt. Also das würde mich, das würde mich ein bisschen wundern. Ich könnte es mir eher vorstellen, dass wir so einen Schramm sehen, so ein, so ein Nichtstag, so ein, so ein, so ein einfach nochmal neues Hoch, aber so ein, so ein, so ein Langkratzen hier oben einfach, wo man sich dann so denkt, boah, pfff, fällt der jetzt, steigt der jetzt, fällt der jetzt, ne? So ein bisschen, wie das jetzt am Abend schon war, da hat man es schon deutlicher gesehen oder am, am Nachmittag, ne? Dieses, die, die, die Hochs, die wurden nicht mehr wirklich gekauft, der wurde einfach so auf ein neues Hoch gestellt, dann wurde direkt wieder zurückgeboxt. Das könnte ich mir noch ein bisschen ausgeprägter vorstellen, sodass er hier einfach so ein bisschen rumdümpelt. Sehen Sie aber was anderes, sehen Sie, dass zum Beispiel tief unter der 470 rausgeht, dann eben tief und, ich glaube, ich habe das, ja, jetzt fange ich an doppelt zu erzählen, ne? Und ansonsten, wenn er aber oben rausbesteuert, nicht gerade durchzieht, lassen Sie den Raum und stellen Sie sich nicht hin und sagen, ah, das muss und der muss und wegen das und gucken Sie wirklich auf die Bewegung. Treibt er nach oben, treibt er nach unten, will er nach oben, dann treibt er nach oben, ne? Der steigt ja nicht aus, um Sie zu ärgern, sondern weil die Leute kaufen halt, ne? Da gibt es genügend Käufer, die bereit sind, das zu kaufen und dann lassen Sie den steigen, lassen Sie die kaufen halt, ne? Stellen Sie sich dagegen, warten Sie ab, bis Sie klare Signale bekommen, dann kann man das probieren, klar abstecken und, ähm, ansonsten Finger weg erstmal. Gucken, abwarten, geduldig sein, ein bisschen Ruhe bewahren, ah, da wird schon nochmal, ich glaube schon, dass wir nochmal ein bisschen runtersetzen, ne? Und wenn es hier so eine SKS wird, so eine Mini-T-Rex-SKS hier mit ganz kleinen Armen, ähm, das, das, äh, ich sehe eher nochmal tiefer, also ich kann, ich denke schon, dass wir den nochmal ein bisschen tiefer sehen, aber ich bin mir auch recht sicher, dass er oben die Leute halt einfach mal nochmal ein bisschen von der Backe muss, kriegen muss, ne? Die sind alle so brutal short, ich weiß gar nicht, ob das gewollt war, ne? Und wirklich mit jedem Grund, ne? Die einen sind short, weil der Trump jetzt gewinnt, die anderen sind short, weil der Biden jetzt gewinnt, die anderen wegen Corona, die anderen wegen der Wirtschaft und, pfff. Also, weiß ich nicht, es funktioniert so immer nicht, ne? In dem Moment, wo dann die Leute aggressiver auf der Long-Position werden, drehen sie sich eher. Aber gut, ich erzähle Ihnen das alles doppelt und dreifach, ähm, die Zeit kann ich Ihnen sparen, wir machen hier den Cut, wir sind jetzt auf Tagesebene durchaus in einem Bereich, wo wir hier gesagt hatten, äh, schon vor der Wahl gesagt hatten, wenn er reinstecht und wenn er sich eben nicht auf dem Channel umdreht, wäre das ein Bereich, von dem er zurückdrehen könnte, Sie sehen, ein bisschen Platz ist auch noch, aber es ist eng, langsam, 640, die wäre mir hier noch wichtig, ansonsten die 27, bisschen auch noch im Blick behalten, das sind jetzt hier noch so zwei Anspielmarken und dann würde ich aus Tagesicht hier auch schon wieder ein Abgleiten sehen wollen und dann müsste man gucken, wie schnell gleitet er zurück, macht er nur ganz flach, hätte er die Chance dann, an den oberen Channel ranzugehen und auszubrechen. Ja, stürzt er steil zurück, müssen wir uns das genau angucken, dann kann er eigentlich auch wieder ein ganzes Stück tiefer gehen. Gut, Freunde, dann brauchen wir nicht länger mit dem heißen Brei rumquatschen, machen wir hier jetzt zu, wünsche ihr gutes Gelingen, maximale Erfolge und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, nee, Sonntag, bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.